hallo und herzlich willkommen zurück heute gehen wir noch mal ins wasser und ich zeige euch wie dieser kleine delphin hier funktioniert der so ein bisschen aus dem wasser raus springt man kann ihn auch noch mal hier ans handgelenk festmachen wenn man möchte oder gerne würde auch so getragen und rum gezeigt wieder hier funktioniert siehst du gleich im video lass doch bitte ein like da wenn es dir gefallen hat oder abonniert sogar den kanal ich wünsche dir ganz viel spaß bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.